So, wie läuft's nun bei euch? Ganz gut, aber ich fühlt mich mit meiner Eisspitzhacke. So, Steinhacke, Steinhaxt, Steinschwert, Holz. Holzbett. Und Holzhaus. Es gibt da, oder? Oh, der wird gleich ragen. Warte, bau die Tür zu. Ich hab nix besser. Wo müssen unsere Lavaeimer hin? Ah, ich hab hier zwei Eimer. Ich renn's da raus und hol Lava. Komm mit. Bring nimm Essen mit. Jetzt renn. Aber ich glaube nicht, dass ich viel helfen kann ohne Rüstung und mit nur Steinschwertern. Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Renn durch den Tunnel raus. Die werden's gleich, wenn wir folgen, weil gleich Lava von oben runter kommt. Ich kill die gleich nochmal mit Lava. Ich muss schnell neue Lava holen. Was ist? Nicht mehr lange. Ich hab gleich Lava wieder. Ich glaub, Skeptas Schwertetil ist sogar verbrannt. Ich hab hier zwei Lavaeimer. Der brennt auch. Fahr mal, weil ich von oben komm, ich steh höher als sie. Die sprengen. Ich seh ihn. Ich seh sie. Die suchen mich. Die suchen mich. Der felter. Ich fühle mich erinnert an unsere erste Season. Ich habe wieder ein Haus, bin wieder ein Einsiedler. Ich habe es wieder aus dem selben Holz gebaut. Wo bist denn euch wieder? Was chillst denn du in Ghana? Hä, was? Was chillst denn du in Ghana eigentlich, komm mal rüber. Warte, ich muss mich erst mal gegen den Creeper wehren. Das ist schon schwierig genug so. Mit dem Holzschwert und so. Ich verbringe hier noch die Nacht, wenn es recht ist. Okay? Jaja. Ich bin über ihm. Ich habe einen Allerweimer dabei. Wie lange dauert das eigentlich, bis der Spawn akzeptiert wird? Welcher Spawn? Wenn man sich ins Bett legt. Man muss einmal drinnen schlafen, nur. Ich muss einmal nur kurz reinlegen. Okay. Ich hüpfe auf dem Baum zu Baum, wie ein Indianer. Bist du gerade reingerannt? Es gibt da ... Nein, es gibt da gerade rein. Chan folgt dir? fuck ich bin an dem gejumpt lebenswasserloch fuck da ist ein Skelett ich hab noch eineinhalb Herzen voll und blau nur eines davon so äh ist das eine da oben noch die Insel ist genial aber da ist oben auch offene Lavafelder und so weiter sie fliehen boah alter oh ja ich muss sagen die Lavataktik war zwar assi aber sie funzt wie lange das manchmal dauert dass Leute kapieren dass es ihnen weh tut ich fühle mich erinnert an die eine Folge aus den Simpsons wo Homer seinen Finger im äh im Hotdog hatte und so weiter kommst du runter die Leiter runter einfach mit einer Spitzhacke mit ein zwei Steinen fahren und bring Fackeln mit bitte hier hat's hier hat's hier hat's hier hat's kohl übrigens hier hat's hier hat's hier hat's hier hat's alter wir haben jetzt knapp eine Stunde gebattelt ja gut nix weggerannt und Lava gesetzt und das ist ja unwichtig nur äh Stein abfarmen ja gleich habe ich meinen verloren sagen die ist verbrannt ja ja wir haben Stein ja komm jetzt eigentlich mal rüber es ist Tag es ist Nacht keine Ahnung unter der Erde ist immer Tag ja es wird gleich Tag aber es ist immer noch Nacht ja dann ja mach bei deiner Orientierung die sind richtig äh dann werde ich meinen Weg finden jetzt aber zur Sicherheit nochmal vor minus äh 283 das war äh x ja und 1260 das war z äh ja ok dann werde ich da bestimmt meinen Weg heute zu euch finden ich möchte nur noch hier kurz ein bisschen was basteln es wird Tag go 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 alter vader gehen mir die Typen auf den Sack ja was meinte äh es gibt davon so ja ich bin ein Schatten ich so ja deine Mode ist auch mein Schatten zwar in meinem Sack hier ist auf einer Insel hier gibt es immer Sinn wie viele Stacks hast du mittlerweile Stacks was nicht du äh wie hier heißt er ähm Tiberias ich habe jetzt gleich drei weil du für die Türme brauchst du für zwei Lagen brauchst du eins der Cobblestone ich kann auch ein Cobblestone Apparat bauen ich weiß nicht ob ich dir die Koordinaten von meiner wunderschönen Einsiedlerinsel durchgeben soll weil irgendwann wird es im Video erscheinen und dann die bist früher oder später eh gerapet hm einige aber du bist genau neben uns du bist exakt auf der Insel neben uns bin ich mir nicht sicher es ist eine ziemlich große Insel ja die ist relativ groß ist die Insel neben uns ja gut na dann also ich bin äh ja äh minus 650 zu 350 ist nicht die Insel neben uns eben dachte ich mir hm was ich hab mich nicht verfranz ich bin den den ersten Weg gegangen der der Tour ich hätte führen können aber da war der ganzen Weg drum rum eine Insel und die hat mich 600 Meter weit weg von euch geführt eben und dann bin ich eben auf die Insel gegangen also verfranz habe ich mich gar nicht ich weiß genau wo ich bin nicht da bei uns auf jeden Fall so schaufel äh so hier geht es dann jetzt Wasser auf jeden Fall ist es eine wunderschöne Insel hier gibt es alles hier gibt es Lava hier gibt es riesige Feldspalten mit überdachten Zeug hier gibt es Kohle Felsspalte haben wir auch hier an der Oberfläche ja aber die die geht nach unten bei euch bei mir ist die Felsspalte es sind so zwei Berge mit einem Loch zwischendrin haben wir auch hier das Loch was nachträglich entstanden ist was ist jetzt los warum habe ich die plötzlich gehört wen über die redet irgendwas im Hintergrund Laser über die redet irgendwas im Hintergrund Laser äh Laser ja warum höre ich hier alle bist doch mal du hörst nicht alle ich hab fast alle gehört aus TS ja das war nicht cool war ziemlich scheiße da hast du glaube ich ein Global angehabt oder sowas man hört es nämlich extrem ne oh das ist gerade labern sie so äh Tiberias wo bist du? ach da komm mal kurz raus nee jetzt weiß ich woher das kommt wollen wir hier vorne Ding gerade so die Bucht hier die da vorne mit Sand auffüllen aber fuck wir haben keinen Sand so wie lange geht der Tag noch? will er noch zu euch kommen irgendwie? gerade hälfte mal sehen ob ich das noch schaffe nebenbei noch mein Akte-Duchpastel hier oh da wollen wir erstmal die Ding fertig bauen braucht ihr eigentlich ein spezielles Material? Steine oder was? Cobblestone mal kurz komm mal her ich hab ein paar Steinchen für dich aber also gut da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten ich komm einfach zu euch und bring nichts mit oder einer von euch holt mich ab und bring mir einen Eimer mit und bring ich Lava und dann können wir uns in Koppel so wir haben selber Lava hier wir haben noch ja wir haben drei Lava Seen auf dem Berg das ist auch gut die Minecraft Musik ist so einschläfernd ich hab dir immer aus ich hab dir immer aus jay muss ja passieren muss ja passieren macht aber nix ich bin sofort neben dem Zeug gespawnt dieses Mal vor allem diesmal leg dich bitte ins Bett hab ich doch gerade gesagt ich hab mich das dann ins Bett gelegt nicht bei euch ich mein bei uns ne bei euch würde ich mich da nie ins Bett legen ich möchte hier wieder spawnen wenn ich sterbe immer mein paradies ja ist wunderschön hier wie lange die anderen hier nicht herkommen fast alles ne ganz ehrlich das wäre ein schöner Startplatz wenn man so einen Startplatz hätte ey weißt du was ich überlegen bin ob ich unser Schlafzimmer nicht mit Obsidian um Mauer gute Idee wir können es wir können es gießen musst du dann aber noch bedecken mit was weiß ich Stein oder so das kommt in die Wand rein aber richtigen Stein weiß gekochten so dass du Camouflage ist sag bloß wir brauchen so einen Berlin Bunker oh das wäre so geil wenn es den wenn es den Mod mit den Waffen hier drinnen gäbe überleg mal auf die Tür um hier ne Flak draufschrauben Bitches kommt her ja einfach nur ne fette Kanone oben auf den Türmen das reicht aus äh machen wir Holzböden innen rein in die Türme wen hat der Kluf seit gerade begrüßt ich hab hier schon Angstzustände so sollen wir äh dinge unten rein machen ähm also Holzböden würden unten rein ganz unten